Droht die Kürzung der Sozialhöfe, weil ich im Dezember 2022 die 300 Euro Energiepreispauschale erhalte? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Aktuell erhalten wir im Minutentakt Anfragen zum Thema Energiepreispauschale. Für Rentnerinnen und Rentner, die es ja ab dem 1.12.2022 durch die Zahlung der Rentenversicherung geben soll. Und da gibt es wirklich ganz, ganz viele Fragestellungen zum Thema Energiepreispauschale. Da geht es dann um Pfändung, Anrechenbarkeit, doppelter Erhalt der Energiepreispauschale und so weiter und so fort. Und in dem Fall hier auch viele Anfragen dazu und plakativ für diese vielen Anfragen eine Anfrage. Damit Sie dann auch letzten Endes über dieses Video Ihre Antwort dazu finden. Ich bin Rentner und bekomme die Grundsicherung, wir sagen dazu Sozialhilfe. Wird mir die 300 Euro, die ich am 1. Dezember 2022 in Höhe von 300 Euro zum Ausgleich der gestiegenen Energiekosten bekommen soll, wieder von der Sozialhilfe abgezogen? Nein, ich sage sogar definitiv nicht. Die Energiepreispauschale ist nach § 122 Einkommenssteuergesetz eine einkommensabhängige Sozialleistung, die nicht als Einkommen dort anzurechnen ist. So sagt es der § 122. Sie werden also die 300 Euro Energiepreispauschale wegen der Sozialhilfe oder als Anrechnung auf die Sozialhilfegrundsicherung nicht gleich wieder verlieren. Somit ist für mich zumindest klar und eindeutig, dass die Energiepreispauschale weder auf Hartz IV für Menschen, die aufstocken und arbeiten gehen, oder auf die Grundsicherung für Leute, die Rentner sind und die wenig Rente haben, anzurechnen ist oder angerechnet werden darf. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel